Hallo und willkommen zu einer neuen Folge XCOM 2 und in der letzten Folge haben wir nach, ich weiß gar nicht wie langer Zeit, endlich die Mission geschafft, in der wir mit unserem Avenger zu Boden geholt wurden und den dann verteidigen mussten und deswegen haben wir jetzt hier auch einfach acht verfügbare Soldaten, zwei Verletzte und einen, der noch hier in der Training School ist. Und ich würde mal wissen, gerne wissen, warum ich low on scientists bin, weil ich habe doch zwei und es macht für mich jetzt keinen Sinn, warum ich zwei habe, warum ich zu wenig habe. Supplier Drop Available, ja, den würde ich gerne noch einsammeln, glaube ich und dann, genau, ich habe eh viel zu wenig, wie heißt das, äh, Intel, ich muss nach da unten und was verteidigen. Beziehungsweise was angreifen. So, das nehmen wir einen rein. Supplier Drop. Okay, zurück, jetzt haben wir alles. Und wenn ich jetzt ein bisschen Intel bekomme. Aha. Das Ergebnis dieser Forschung kann nur unsere Äußerungen, Commander. Okay. Was haben wir jetzt auch? Encryption. Neue Waffen. Advent Datapad. Und hier gibt es auch noch so ein Datapad. Gucken wir mal mal an. Alien Encryption. Kann ich denn? Okay. Ah, wobei, komm, ich hol mir mal, ich baue mir mal noch ein, ähm. Ich kann mir ein paar Sachen nämlich bauen. Ich könnte mir ein Schwert bauen. Und ich brauche auf jeden Fall Mad Kit. Das war es schon wieder. Tell me something, Doktor. Must have been pretty cushy working with Cab Van, living in the colonies. Lone Scientist, genau, Scientist in Crescent. Wie viele Menschen, ich wollte glauben, dass die Äußerungen wirklich interessiert sind in Frieden. Obwohl sie mir keine Chance haben, wenn es um die Arbeit mit ihnen gab. Ich versuche, ich bin auf den Sinn der Normalerie, die sie gefordert haben. Es war ein Fehler. Du solltest besser wissen. Die Äußerungen nie hätten hier kommen, wenn sie eine Frieden haben. Wie ich sagte, es war ein Fehler. Eine, die ich hoffe, dass ich anzunehmen, durch meine Erwartungen mit Ex-Cal. Dann würde ich sagen, du hast deine Arbeit gekutzt für dich. Commander, as we rapidly develop and deploy advanced new technologies, any recruit you encounter with a proclivity towards the sciences, would be of great use to me. Okay. Welcome, Commander. Da könnte ich jetzt ein Scientist, aber die sind ja unglaublich teuer. Wie, Ruh. Laboratory, Workshop, Power Relay, Advanced, Waffle Center, und Resistance Coms. Könnte ich alles nicht bauen. Schön. Kostet mich ja wenigstens, wenn ich das die machen lasse. Im Gegensatz zum alten. Da krieg ich ja noch was dafür. Okay. Wie viel Intel hab ich jetzt? 58. Kann ich jetzt Kontakt mit denen unten aufnehmen? Black Market wird irgendwas von mir. Kontakt mit Mexiko. Make contact. We've utilized all of our available communications capacity. We can't establish any new contacts until we upgrade our systems. Welche systems möchten upgraden? Attempting to establish local regional contact. Okay. Hab ich noch irgendjemanden, die ich noch ausbilden kann? Es ist kein Rookie mehr da. Resistet coms at capacity. Capacity. Sized buildings facilities. Nee. Resistance coms. The resistance coms at capacity to increase the number of regions that we can make contact with. Further contacts with. Begain by staffing and engineer here. and construction okay power relay hab ich keine kohle füllen ich verstehe also brauch ich als erstes ein power relay also brauch ich einfach nur kohle ich greife das hier an das sind jetzt mal ein paar leute die ich hab also du wirst jetzt mal ausgetauscht gegen den sharpshooter braucht man immer könnte hier was anderes als eine granate geben nö 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 Sieht eh ein bisschen fies aus So, und die kriegt hier so ein lockeres Outfit Wunderbar Sieht's denn aus, wenn ich dem das oben ziehe oder schon zu schönen Farbe hat und so alles Okay, sieht ja lustig aus Aber nein Sieht mir besser aus Okay Schweres Maschinengewehr Schweres Maschinengewehr Support, Schadplitze und Ranger Auf geht's Maschinengewehr kann man eh nicht zu viel haben Wir gehen mischen Gucken, ob ich jetzt hier wieder einen scheiß Zeitdruck habe Da habe ich mich echt keine Lust auf diese Zeitdruckmission Wird gemacht und dann mal los freunde hört sich nicht nach zeitdruck an es sei denn okay ich habe wieder zeitdruck irgendwas wo ich hin kann scharf schützen da könnte ich mit dem rennen hier ist es nah ist gar nichts level ende aus der blende ich bin genau in der mitte scheint es mir geht in beide richtungen hier werde ich auf jeden fall gesehen wenn ich in rennen das erkennt das spiel woher sniper order is confirmed on the move scanning das jungs okay Und Mädels Roger that Ja Ja Wir schicken dich hin Gehen wir da vor Rüben in dem Gebäude Sehe ich auf jeden Fall was Feindliche Einheiten entdeckt Okay Ich kann hier sogar hin oder Ohne gesehen zu werden Mach das mal Weltzivilisten Ach der hat jetzt einen Panzerung Das ist ja cool Du könntest jetzt was hacken Infiltriere System Gucken was das bringt 55% Okay der Gegner wird stärker und Das ist kurzzeit für zwei Züge Das bringt mir mal gar nichts Ah cool hat der Tarnfarbe Wie viele Runden habe ich Achso denn hier ist der Turm Dachte ich kann schon Auf das Ding schießen Aber da kann ich wahrscheinlich Auch mit dem Granatenwerfer Recht schnell hinfeuern Wie man da hängt Auf und auf Neuen Sammerherrüber Bestätigt Granatenwerfer rückt vor Feuerschutz Das ist auch mal ein bisschen vor So So Snapper kann die gar nicht sehen Oder Aber da wird er auch nicht gesehen Das ist echt merkwürdig Sind die irgendwie blind oder so Wie viele Züge habe ich noch Sechs Züge Ich bin vorrücken Könnte ich jetzt nur eine Granate Ja ich könnte zum Beispiel Eine Granate dahin feuern Das ist wahrscheinlich Ziemlich praktisch Wäre sogar Mache ich den Hinterhalt Oder mache ich ihn nicht Ziehe los Mir entgeht nichts Werde ich hier gesehen Nein Also Wann ist du da hin Du minst Barat vor allem auf den kollege okay nicht erwischt sie haben uns gemerkt haben so ich wollte jetzt meine granate hier auf diese wand schießen geht mal da in deckung ihr vollidioten ist ja nicht so als hätte ich nicht noch eine granate oder so geht immer da in deckung für ein gegenstand ist er auch geflankt ne noch nicht aber ich kann in volle deckung gehen und hier wenn schon an der deckung und da du flackerst die ganze zeit auf den müll auf das schön der darin ist sogar schon tot und das ding ist auch schon zerstört sie haben verstärkung gerufen menace one five we confirm destruction of the relay the alien transmission is down eliminate any remaining hostels and move to evac wird gemacht kein ziel er ist erledigt was kriegen wir das hallo meine netten freunde aber blickkontakt zu einer anderen engel target eliminated das wird für truppen position bestätigt die die музыk eine die die man die Ich habe ihn geholfen. Kann sonst noch jemand? Ja, ich hab den da hinten noch. Auf meinen Weg! 50% Okay, meine Deckung nach vorne. Einmal durch den anderen durchgeschossen. Geht schon. Target eliminiert! Status confirmiert. Alle Hostels sind unten und die Umgebung ist sicher. Status confirmiert. Mission erreicht. So muss das sein. War das jetzt ein bisschen zu einfach? Nee, ich könnte mich kurz mal dran gebühren, dass es mir nicht die ganze Zeit in die Fresse schlägt, das Spiel. Das war nämlich ein bisschen hart vorhin. Monster an der Feier, ja. Keiner ist noch mal beschossen worden. Aber halt, das ist ja gute Planung, sowas. Haben wir überhaupt eine Beförderung jetzt bekommen? Bin ich mehr gespannt. Also genau, das hier ist jetzt ein selbsterstellter und das hier. Die anderen sind alle randoms. Danke an XCOM für diese tollen Charaktere. Ich bin immer glücklich, wenn die Truppen zurückkommen, ohne any reported casualties. Ich kann nicht hoffen, dass eine bessere Auskunft. Ich bin immer glücklich, dass er nicht beschossen werden sollte. Ich bin immer glücklich, dass er nicht beschossen werden sollte. Ne, ist ja gar nicht. Wie habe ich jetzt gedrückt? Genau. Demolition oder Suppression? Suppression ist halt auch richtig cool. Hier haben wir Suppression. Hä? Achso, die sind... Ah, da steht nur eins schief. Bist du ein Medic oder bist du ein Hacker? Also... So ein Hacking-Ding ist eigentlich schon cool gekommen. Das geht mir dem alles nicht aus wie ein netter Medic. Phantom oder Blade Master? Na, Blade Master. Das ist jetzt irgendwie in einem japanischen Kloster gelernt zu kämpfen. So. Ah, dann machen wir nochmal. Shredder. Wunderbar, alle befördert. Weiter geht's. Ein Lander-Side bekommen. Was macht das? Ja. Critical Hit. Another impressive effort, Commander. My expectations were high and yet you have exceeded them. Okay. Contacts. Drei von drei. Achso. Ja, da muss ich jetzt ja natürlich mal nachlegen. Dann kann ich mir das jetzt schon leisten. Ich habe überhaupt keine Kohle. Wenn ich irgendwas mache. Destroy Convoy. Destroy Convoy. Das mache ich aber. Dann erst in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.